Musik Es ist der 10. Juni 2019, hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme, die... äh, quatsch, die Stimme und... Ach, verpatzt. Ihr hört die Stimme und seht die Stimme von Martin Rützler. Und wir begrüßen euch ganz herzlich hier vom Podstock live auf einer Wiese in Sibbese im Westfeld. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich, wie der freundliche Moderator gerade schon sagte, der Christian, den lieben Lars. Hallo Lars. Ja, hallo allerseits. Daneben sitzt der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo. Dann hat sie Claudia begleitet hier und ist dabei. Hallo Claudia. Guten Morgen. Guten Morgen. Und wir haben eine Gästin auf der Gartenbank, das ist die Jule. Hallo Jule. Hallo. Und der Bar. Dieser Slot hier, dieser 11 Uhr Slot am Abreisetag des Podstock, das ist ja im Prinzip die undankbare Nummer sozusagen, die man machen kann. Da sind die meisten von der Feierei der Nacht noch ein bisschen angeschlagen und naja, die einen schlafen, die anderen sind noch nicht ganz wach. Und da war die Frage, was macht man in diesem Slot eigentlich? Und dann kam die Orga in ihrer unermesslichen Weisheit auf die Idee, ja, lass wir doch den Sendegarten da hinlegen. Das ist in diesem Jahr noch besonders herausragend, weil es ja nicht nur eine Nacht zum Austoben gegeben hat, sondern zwei Nächte zum Austoben. Also, ich sehe ihn müde Augen und Gesichter und... Ah, nein, nein, nein. Mach die Augen auf. Und da bin ich ganz froh, dass wir eine sehr, sehr dynamische Gästin dabei haben, nämlich die Jule. Die hat gestern schon einen Vortrag gehalten, da habe ich mir gedacht, die müsste eigentlich ein J für Superjule irgendwie auch die Tüche ertragen. Weil sie nämlich die Fußball-Weltmeisterschaft, die gerade läuft, zum Thema nimmt und sich da sozusagen täglich hineinstürzt. Da werden wir gleich ein bisschen drüber reden, aber wir haben einen kleinen Teaser sozusagen, den wir wollen mal eben anhören. Weißt du eigentlich, wie ich heiße? Und ich? Genau. Wir spielen für eine Nation, die unseren Namen nicht kennt. Aber dass wir dreimal Europameisterin waren, weißt du schon, oder? Und mich? Das waren ja auch achtmal. Beim ersten Titel gab es dafür ein Kaffee-Service. Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern gegen Vorurteile. Weißt du was? Wir brauchen keine Eier. Wir haben Pferdeschwänze. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt in den Medien vor ein paar Tagen. Wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze. Streng genommen ist das ja biologisch völlig falsch. Denn Frauen haben in ihrem Körper zwischen 300.000 und 400.000 Eizellen, die im Laufe des Lebens zu 300 bis 400 Eiern heranreifen. Eine Frau auf 400 Eier, da sollen sich die Kerle mal nicht so anstellen. So, Jule, was sagst du denn zu diesem sehr markanten Spruch? Ja, ich finde den gut. Hört man mich überhaupt an? Ich finde den gut, ich finde den originell, der ist ein bisschen provokativ, aber immer noch nett. Also das kann man auch Kindern vorspielen, weil die haben ja wirklich alle Pferdeschwänze fast. Das sieht auch mal sehr lustig aus auf den Feldern, wenn dann irgendwie so eine Mannschaft mit zehn Leuten mit Pferdeschwanz da rumläuft. Und das ist ein sehr schöner Clip, der dynamisch ist und das auch so ein bisschen, ja, auf eine augenzwinkernde Art zeigt. Also da sieht man auch das T-Service, was 1989, glaube ich, als Prämie gegeben wurde. Ja, das wollte ich sowieso noch aufgreifen. Also tatsächlich ist es ja so, dass Frauenfußball noch gar nicht so alt ist. Seit wann haben wir eine offizielle Mannschaft? Irgendwie in den 70ern oder so, ne? Oh, jetzt bin ich überfragt. Egal, du bist noch nicht so ganz alt. Und man liest die Damen dann sozusagen so ein bisschen sich austoben und hat dann ein Turnier veranstaltet. Und als Preisgeld für das Turnier gab es tatsächlich ein Café-Servie als Geschenk sozusagen. Und das habt ihr sogar in euren Titel übernommen. Du machst nämlich einen Podcast, Lottes Erbinnen, der heißt zum Frauenfußball mit Kaffee-Service. Ja, genau. Ihr habt das aufgegriffen. Ja, wir haben das aufgegriffen. Am Anfang haben wir auch immer so ein bisschen gekleppert mit den Tassen. Ja, weil es ja schon, wenn man so eine Meisterschaft gewinnt und dann nur so ein Kaffee-Service... Es war angeblich eher nur so B-Ware. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es noch nie gesehen, also noch nie in der Hand gehabt. Das ist schon so ein bisschen traurig. Ja, es kommt auch in diesem Trailer drin vor, dass dann die Damen so da sitzen und aus dem Käffchen trinken. Ist dieser Trailer jetzt eine reine Werbeveranstaltung? Also da hängt eine Bank mit dran, weil die eben auch Sponsor ist. Oder ist das vom DFB? Weißt du irgendwas Näheres? Ich habe das so verstanden, dass die Commerzbank natürlich da auf die zugekommen ist, aber dass die Spielerinnen damit gestaltet haben. Also ich glaube, der DFB direkt hat da jetzt wahrscheinlich nur gesagt, ja könnt ihr machen, aber es ist mehr so die Bank und die Spielerinnen. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Ereignis per Podcast zu begleiten? Wie bist du überhaupt zum Podcasten gekommen? Also ich höre seit Jahren, Jahrzehnten hatte ich jetzt schon fast gesagt, also seit einem Jahrzehnt ungefähr Podcast und habe mir mal gedacht, das kann ich. Also ich bin ja ein Mensch, der sich nicht gerne irgendwie langweilt oder so. Superjule, meine ich ja gerade schon. Ich bin früher viel Bahn gefahren und habe dann irgendwann angefangen Podcasts zu hören. Wenn ich putze, höre ich Podcasts. Die Wohnung strahlt in vollem Glanz. Ja, leider nicht. Weil du ständig Podcast hörst. Ich finde, das ist einfach, man kriegt viel mit. Man kann das besser kommentieren, also auch wenn man selber Podcast ist, wenn ich einen Text schreibe, dann ist das anstrengend und dann lesen die Leute nach drei Sätzen nicht mehr weiter. Und beim Podcasten kann ich aber lange drüber sprechen und dann schalten die Leute vielleicht nach drei Sätzen ab. Aber zumindest kann man sich da besser ausdrücken und kann auch nochmal in den Dialog gehen. Und irgendwann vor zwei Jahren hat die Becky, Agenda-Beitrag, schöne Grüße, irgendwann mal geschrieben, sie hätte gerne einen Frauenfußball-Podcast auf Twitter. Und dann habe ich geschrieben, ich auch, ich würde sogar einen machen. Und der Sven, also mein Kollege hat gesagt, ja, ich auch. Und dann hat die Becky uns zusammengeführt und seitdem machen wir das. Ja, aber seitdem gibt es RÜV. Nein, seitdem gibt es letztlich RÜV. Ich dachte, das wäre die Keimzelle. Also dieser Tweet von, nein. Ach, das ist noch ein anderer. Also die Becky hat früher. Früher. Das war früher? Ich mache seit zwei Jahren. Ach so, und Früh war vor einem Jahr? Nein, seit März, ne? Ihr verwirrt mich aber auch, hör mal. Das ist total schwierig auseinanderzuhalten hier. Okay, also Becky hat das gemacht und Becky hat auch das andere gemacht, aber zu einem anderen Zeitpunkt. So weit können wir jetzt runterbrechen. Ja, also seit zwei Jahren machen wir das Erben und wir haben jetzt beschlossen zur WM, das ist ja sozusagen unser Hauptturnier im Frauenfußball. Da machen wir jetzt alles, was man so machen kann. Also wir haben eine neun Stunden Vorschau gemacht, natürlich gesplittet nach Gruppen, mit vielen tollen Gästen. Unter anderem einen von Kolinas Erben, also das ist bis jetzt unsere Top-Folge, kann ich ja verraten, Download-mäßig, über die neuen Regeln. Und jetzt machen wir halt zu jedem Spieltag einen kurzen Beitrag, ungefähr so 20 bis 30 Minuten, auch mit einem Gast. Das ist ganz gut, weil ich kann das gar nicht so gut, aber der Gast kann das immer toll. Und dann frage ich immer nur, wie fand ich das Spiel? Und dann reden die fünf Minuten und dann wirklich so, als ob ich kompetent bin und einen guten Gast ausgewählt habe. Den Trick kenne ich. Also ich kann das gar nicht so schön erklären wie wie. Ich sage dann immer so, hast du recht. Nicht genauso. Genau, das ist überhaupt das häufigste gebrauchte Wort im Podcast. Also bis jetzt hatten wir super Gäste, genau, die wirklich meine kühnsten Erwartungen übertroffen haben, außer mit der Technik. Ja, und so machen wir das jetzt. Ja, und du hast dir also nicht nur vorgenommen, wir begleiten das Ganze und machen so irgendwie eine Woche, einen Podcast, also eine Episode pro Woche, sondern du willst es auch noch täglich machen. Ja. Das hast du jetzt oben drauf gelegt sozusagen. Ja, also hinterher ist man ja immer schlauer. Du hast ja gestern hier ein bisschen in deine Werkstatt reinschauen lassen und ich habe das mit großem Vergnügen gesehen. Man muss nämlich wissen, es handelt sich um sechs Gruppen, vier Mannschaften. Das gibt dann in Summe wie viele Spiele? Oh Gott. Ich habe es geahnt. Ich wusste, dass du, kann man nicht, aber viele auf jeden Fall. Viele. Wie geht es jetzt vier Wochen lang oder wie lange läuft das Ganze? Ja, vom 7.6. bis zum 7.7. Also es sind 25 Kalendertage, an denen ich aufnehme. Das heißt, also ungefähr, meistens zwei oder drei Spiele am Tag. Das heißt aber, du musst im Prinzip alle Spiele sehen, damit du auch darüber reden kannst. Du musst podcasten am selben Tag noch und du bist jetzt aber dann hier auf Potsdam, wo du ja eigentlich gut abgelenkt bist von allen möglichen Dingen. Wie geht das alles zusammen? Dafür habe ich Gäste. Nein, also ich gucke das ja schon, deswegen manchmal sitze ich immer in irgendeiner Ecke und wirke so ein bisschen abwesend, was auch so ist. Also man kann die auch teilweise nachgucken und dann die wichtigsten Szenen und ich schreibe mir dann raus, was andere so schreiben. Aber ich versuche schon, jedes Spiel zu gucken. Optimal ist natürlich, wenn ich es ganz gucke. Jetzt hat es nicht immer 100 Prozent geklappt, aber schon so viel, dass ich mitbekommen habe, wie das Spiel ungefähr läuft und die wichtigsten Szenen gesehen habe. Ja und dann nehmen wir entweder am Abend des Spieltags auf oder jetzt habe ich mal morgens aufgenommen, also um 9.30 Uhr, da war hier nicht so viel los. Da war dein Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin schon wach? Ja, mussten sie. Wie machst du das technisch? Wie ist die Verbindung? Ja, ich mache das über Studiolink. Ah, oh. Und Ultraschall, das aber doof ist so. Also das ist wunderbar. Ah, guck mal, das Publikum wird wach. Super. Mehr von solchen Sachen. Das ist so, normalerweise, ich mache das ja immer mit Sven. Das ist auch eigentlich die erste Folge, die ich heute aufgenommen habe ohne Sven. Normalerweise macht das der Sven, irgendwann haben wir festgestellt, dass Sven macht die Aufnahmen und ich mache dann so die Sachen auf dem WordPress. Also ich schreibe dann alles vor und er macht das im Prinzip nur die Datei rein. Aber ich musste dann immer nur Studiolink anmachen, habe gefragt, hörst du mich? Er hat gesagt, ja, hör. Und dann war meine Aufgabe so beim Aufnehmen erledigt. Also ich habe auch nicht gesprochen, aber ob das jetzt irgendwie, was er da gemacht hat, das war mir egal. Bis jetzt, jetzt nehme ich ja immer alles auf und das klappt noch nicht so richtig 100 Prozent. Gestern habe ich auch, bist du ja gekommen, hast mir geholfen, das war sehr freundlich. Die Wingen zum Sebastian rüber, mach auch den Studiolink, ja. Genau, habe ich dann gedacht, es geht nicht, es rauscht, es reicht. Es hat ein Echo, hurra. Es hat ein Echo, oh nein. Der eine hat total geknackt und so und ja, ich glaube, man kann es anhören. Also es wäre optimaler, wenn ich es zu Hause wäre natürlich jetzt, weil da habe ich natürlich auch ein anderes Mikro als jetzt hier. Festes Setup. Ja genau, ein festes Setup und ich habe auch drei Monitore, also da ist der Laptop, da sind da zwei Monitore am Rechner. Ach du, für den Überweis da nochmal extra einen. Ja genau, dann würde ich zum Beispiel da auf meiner Notizen gucken und da läuft das Setup und da würde ich dann nochmal vielleicht nochmal eine Seite aufmachen. Das ist natürlich jetzt nicht so und dann mache ich immer, warte mal, warte mal, ich muss nochmal kurz gucken. Das ist dann nicht so professionell, wie ich mir das vorgelegt habe, aber es ist schön, also ich muss sagen, ich bereue nicht, dass ich hier bin. Mir wird ja gut geholfen und es ist auch toll hier und man konnte es trotzdem gut gucken. Für alle Nerds, was war genau der Fehler da gestern, Sebastian? Kannst du das kurz sagen? Vielleicht haben andere ja auch ein Problem. Ja, also zum einen ist es halt so, dass manchmal aus Versehen in der Routing-Matrix die Studiolink-Spuren auch einen Eingang bekommen. Also die sollten eigentlich vom Mikrofoneingang auf Non stehen, aber manchmal verklickt man sich und dann haben die plötzlich auch den normalen Eingang. Und das sollte man auf Non lassen oder wieder umstellen, wenn man das sieht. Ansonsten war halt der eine Gesprächspartner ziemlich übersteuert, da mussten wir einfach sehr weit runter gehen. Entweder war noch das falsche Mikro ausgewählt oder also was die üblichen Sachen, die so passieren können, wenn man spontan aufnimmt. Okay, Dankeschön. Dein Podcast-Angebot, Jule, heißt Lottes Erbinnen. Zwei Fragen dazu, seit wann gibt es das Angebot und warum heißt es so, wie es heißt? Ja, das gibt es seit zwei Jahren. Da gab es aber noch keine Frauenfußball-WM. Da gab es eine EM, aber da haben wir gerade erst angefangen. Deswegen, also das, jetzt muss man dazu sagen, es ist ja jetzt BM, das kriegen die Medien immer so eine Woche vorher mit. Also ganz spontan, so wie Weihnachten oder auch alle anderen Podcasts. Also wir haben jetzt irgendwie bei Frühfühler-Anfragen, aber auch bei Lottes Erbinnen so ein paar. Jetzt haben wir eine etwas höhere Aufmerksamkeit. Wir haben aber zur EM letztes Jahr angefangen. Und da haben wir aber nur ein oder zwei Aufnahmen zum Turnier gemacht, weil da jetzt noch nicht so drinne waren. Und Lottes Erbinnen, wer ist Lotte? Ja, das ist Lotte Specht. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Das ist eine Fußballpionierin, die hat für Frankfurt gespielt in den 30ern so ungefähr, mehr oder weniger. Das war eine bekannte und sehr gute Spielerin, die das halt so ein bisschen vorangetrieben hat. Und naja, später wurde es ja dann alles für, oder ist ja auch verboten worden. Und sehr lange Zeit durften Frauen ja nicht richtig spielen oder nicht organisiert spielen von Vereinen aus. Und sie ist halt so jemand, der hier da vorangeprescht ist. Kannst du dir vorstellen, warum Frauenfußball mal verboten gewesen sein kann? Ja, das ist jetzt eine. Früher war man ein bisschen anders. Also heute ist man ja leider immer noch so drauf. Aber ist jetzt nicht verboten. Man hat das als unattraktiv wahrgenommen. Man wollte jetzt auch nicht, dass Frauen sich da so emanzipieren und das selber machen. Und man hat das als, sag ich mal, anstößig empfunden scheinbar auch. Weil man spielt ja auch, das ist ja ein körperliches Spiel und man sieht Haut und das war ja früher jetzt nicht so beliebt. Und man hat auch, war auch irgendwie Meinung, das ist vielleicht nicht so gut für Frauen, wenn sie sich da irgendwie in dieser Form betätigen. Das war ja auch lange so, dass man das geglaubt hat. Das schwache Geschlecht ist nicht stark genug für die Frauen. Aber wenn man ehrlich ist, ist es natürlich einfach so ein patriarchales Empfinden, in dem man einfach Frauen unterstellt, dass sie nicht wissen, was gut für sie ist und Sachen verbietet, die man nicht sehen oder haben möchte. Das war ja lange Zeit, also bei vielen Sachen so. Ja, klar. Ich habe irgendwann mal dieses sehr absurde Argument gehört, dass sich die Gebärmutter lösen könnte, dadurch, dass man Fußball spielt und dass es deswegen verboten sei für Frauen. Ja, solche Sachen kam dann. Hat wieder jemand in der Biologie nicht gut aufgepasst, glaube ich. Ja, ich habe auch nie das bis heute geschafft. Nee, nee, Entschuldigung. Gerne. Es ist immer so die Frage, also Menschen gibt es ja jetzt auch schon seit einer ganzen Weile auf dieser Erde und die haben in Höhlen gewohnt, die haben Kriege gefochten, die sind tausende Kilometer marschiert. Ja, und das ist irgendwie total unverständlich, dass wenn heute nicht alles irgendwo komplett steril ist oder Ende 19. Jahrhundert, da gab es ja sogar irgendwie Schwangerschaftskorsetts, weil sie dann irgendwie dachten, dass der Körper der Frau dieses Kind nicht mal halten könnte. Also, ja. Aber ich glaube, aus solchen Ideen sind auch immer nur Männer gekommen, also ohne mich auszukennen. Aber das ist leider bei vielen Sachen, da könnte man jetzt ein langes Fass aufmachen irgendwie. Wahrscheinlich, ja. Ich sage jetzt mal, ein Verbot, was jetzt immer noch in einigen Ländern ist, was das Nicht-Austragen von Kindern betrifft, das ist ja auch eher etwas, was von Männern kommt oft, ne? Also, wenn man jetzt irgendwie die Gesetzgebung sieht, dann entscheiden ja Männer darüber, dass sie das der Meinung sind, das geht so nicht oder so. Traurigerweise aber nicht nur. Das hat mich neulich auch schwer schockiert. Das war dann, wo dann irgendwie so eine Frau halt sich dagegen ausgesprochen hat, dass Frauen abtreiben dürfen und so weiter. Ja, das verstehe ich auch nicht, aber noch weniger verstehe ich das, als man, muss ich nicht sagen, wenn man jetzt sagt, als Frau, dann kann man, ich verstehe das sowieso nicht, aber es ist ja oft so eine Unterdrückung einfach von Machtgefühl, ich möchte nicht, dass du das machst und so. Das ist traurig und es ist auch so ein bisschen heute noch so, dass die Frauen immer noch extrem benachteiligt sind in allen Dingen beim Frauenfußball. Also, das fängt mit der Bezahlung an und der Struktur und alles und das könnte ja auch vom DFB vorangetrieben werden, wird es aber nicht. Nein? Oh. Nein, also der DFB ganz im Gegenteil, verhält sich eher so ein bisschen restriktiv. Es gibt einige Länder, da werden die Frauen der Nationalmannschaften genauso bezahlt wie bei den Männern und auch genauso behandelt. Das ist beim DFB zum Beispiel nicht so, das wollen die auch nicht, aber es könnten sie. Ich meine, der DFB ist ja ein großer Verein mit viel Geld, die könnten einfach mal sagen, der Manuel Neuer, das ist übrigens ein Torwart. Das ist sehr gut, dass du davon ausgehst, dass du wenig, wirst gar keine Ahnung haben. Also, wir wissen, dass du das mit einer runden Kugel spielst und 22 Menschen hinter dem Ding her. Ja, genau. Also, ungefähr das ist ein Niveau, würde ich sagen. Ja. Also, mal nur ein neuer, ein Torwart. Genau, und der könnte ja, der verdient ja sowieso schon ohne Ende, der könnte ja auch mal ein bisschen weniger verdienen und dann würde Almut Schuld, die Torfrau der Frauen ist, könnte mal ein bisschen mehr verdienen und würde für Almut Schuld irgendwie ein schönes Auto kaufen oder was weiß ich, könnte ein bisschen sparen fürs Alter und dann müsste ein Jahr später erst arbeiten oder so. Ja, schön, ja. Ich bekomme gerade einen Hinweis, irgendeine Meldung ist eingegangen. In dem Zusammenhang, deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen gibt die Wikipedia von sich im Bereich Vorgeschichte. 1955 beschloss der DFB auf seinem Verbandstag, das Fußballspiel mit Damenmannschaften zu verbieten. In der damaligen Begründung hieß es, dass diese Kampfsportart der Natur des Weibes im Wesentlichen fremd ist, dass im Kampf um den Ball die weibliche Anmut schwindet und Körper und Seele unweigerlich Schaden erleiden und dass das zur Schaustellen des Körpers Schicklichkeit und Anstand verletzt. Trotz des Verbotes wurden in den 50er und 60er Jahren über 70 inoffizielle Länderspiele ausgetragen. Am 23. September 1956 erfolgte das erste Länderspiel einer deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Das Frauenfußballverbot wurde erst auf dem Verbandstag in Travemünde am 31. Oktober 1970 aufgehoben. Zu dieser Zeit gab es nach Schätzungen 40.000 bis 60.000 Spielerinnen, die mehr oder weniger subversiv in DFB-Vereinen spielten. Beim DFB befürchtete man, dass die Frauen einen eigenen Verband gründen könnten. Oh nein! Ohne Erlaubnis womöglich. Genau, ohne die Erlaubnis ihres Ehemanns hat sie dann einen Verein gegründet oder was. Älter Spiel. Wir schauen auf diese Zeit, schütteln den Kopf und können uns das kaum vorstellen, aber es ist natürlich Realität. Und wie du gerade schon sagtest, es ist ja auf einem gewissen Weg. Also mit einem Café-Servie wird man jetzt nicht mehr belohnt, wenn man den WM-Titel nach Hause bringt, sondern man bekommt dann vielleicht... Zumindest die Kuchen dazu. 10% vom Scheck von dem, was dann ein männlicher Spieler bekommt. Aber naja, vielleicht. 75.000 angeblich, wenn die Weltmeisterschaft gewonnen wird. Wie viel gibt es? 75.000 pro Spielerin, meine ich. 75.000 pro Spielerin? Oder müssen die sich dann aufteilen, das? Nee, ich meine pro Spielerin. Pro Spielerin. Ganz kurz im Vergleich, wie viel kriegen die Männer? Ich glaube 350.000, meine ich, gelesen zu haben. Da geht noch was. Ja, auf jeden Fall. Es gibt aber ja auch Länder und auch Kulturen, wo das Verhältnis zwischen Männern und Frauen noch restriktiver ist. Und ich habe mal so Bilder gesehen von weiblichen Fußballmannschaften, die zum Beispiel das Kopftuchgebot haben. Und dann haben die dann trotzdem... Also die haben Kopftuch auf und trotzdem Fußball gespielt. Köpfen geht auch, mit dem Kopftuch auch. Also diese subversive Art, wir dürfen es zwar nicht, aber wir machen es trotzdem, die hat sich da so richtig schön manifestiert. Sind solche Spielerinnen auch dabei bei der WM jetzt? Nee, ich glaube nicht. Da müssen wir drüber nachdenken. Also das sind ja alles Mannschaften, die von den Ländern angemeldet werden müssen sozusagen. Also die Herren, die Landesväter müssen dann ihre Töchter zum Sport anmelden und machen das dann nicht. Genau, da ist das schon so. Also als Beispiel zum Beispiel Jamaika, die haben gestern gespielt. Die haben sich auch qualifizieren können für die WM und die sind von ihrem Verband gar nicht unterstützt werden. Also so ziemlich null. Aber es gab nette Menschen, also zum Beispiel die Tochter von Bob Marley. Normalerweise weiß ich den Namen nicht, das ist jetzt peinlich. Wie heißt denn die Mutter? Das weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Also Frau Marley hat die stark unterstützt, hat da Spendengal und so weiter organisiert, damit die das halt sich leisten können. Und im Gegensatz zu den DFB-Frauen, die reisen schon relativ gut. Das muss man jetzt dazu sagen, die sind schon auf so einem etwas höheren Niveau der Ausstattung. Und das ist bei solchen Mannschaften natürlich auch nicht so. Die sind froh, wenn sie das Hotel haben und nicht oft in der Bahnhofshalle. Also jetzt ist es schon übertrieben, aber es gibt schon Mannschaften, die haben echte Probleme mit so einfachen Sachen wie, wo schlafen wir jetzt? Oder wie kommen wir da jetzt hin? Und das geht bei meinem DFB, dann kriegen die meistens den Charterpfleger oder zumindest fliegen sie besser. Auf jeden Fall kommen sie da hin und wissen, wie das funktioniert. Aber bei solchen Menschen müssen dann Privatpersonen wie Frau Marley halt sagen, okay, ich helfe euch. Und auch das ist nicht so beliebt. Viele wollen das dann nicht, aber wenn man das dann halt so macht, dann... Gibt es denn da auch dieses Gefühl, wir machen es trotzdem? Also gibt das auch so einen gewissen Kampfgeist über das Turnier hinaus? Sondern so eine Weltverbesserungsattitüde irgendwie so im positiven Sinne? Ich spiele ja nicht für Jamaika, deswegen weiß ich das nicht. Aber du hast dich mehr als wir mit der Mannschaft wahrscheinlich schon beschäftigt. Ja, man hat schon das Gefühl, die sind da schon so ein bisschen stolz drauf, dass sie es so geschafft haben. Also können es auch sein, finde ich, dass sie das so ohne irgendwelche Hilfe gemacht haben. Und man gönnt ihnen das auch. Also irgendwie weltweit wird das ja beobachtet, diese Mannschaften, die das trotz dieser Widrigkeiten geschafft haben, da auf die hochzukommen oder sich durchgesetzt haben. Manchmal wird auch der Trainer entlassen, weil der einfach nicht mehr geht und so weiter auf Grundlage der Frauen. Das ist sehr häufig, dass der Trainer irgendwie aus irgendwelchen Gründen abtreten muss auf Druck der Frauen. Und zwar jetzt nicht, weil der irgendwie schlecht trainiert oder irgendwie nicht so, sondern meistens andere Gründe, die jetzt irgendwie im Männerbereich seltener hat. Und da wird natürlich schon drauf, dann freut man sich auch, wenn die mal gewinnen. Also Jamaika hat leider nicht gewonnen jetzt, aber dann freut man sich für die und wünscht denen das. Claudia? Gibt es da nicht, also ich hätte jetzt erwartet, dass es irgendwie bei Frauenfußball auch viele Trainerinnen irgendwie dann mal gibt. Weniger, tatsächlich. Es gibt mehr Männer, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus. Es gibt schon Frauen auf jeden Fall, aber es gibt auch eher Männer als, also insbesondere im Bundesliga zum Beispiel gibt es eher Männer als Frauen. Okay, vielleicht kommt das dann auch nochmal nach. Ja, da muss es natürlich auch, also in Deutschland zum Beispiel ist es so, dann müssen die für bestimmte Bereiche ja auch einen Fußballtrainer haben, also diesen Trainerschein irgendwie, oder Fußballlehrer, Entschuldigung. Und da gibt es zum Beispiel in einem Kurs, wenn da 25 Leute sind, dann ist da eine Frau bei. Und es gibt gar nicht so viele Trainerinnen. Also das war jetzt auch schwierig bei der Nationalmannschaft zu gucken, wer kann da jetzt Trainerin sein. Die Auswahl ist so niedrig. Ja, da wollte ich gerne mal nachfragen bei der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Gab es da nicht Horst Rubisch als Trainer? Ja. Und da habe ich irgendwann mal so einen Kommentar gehört, ja die Frauen von Horst Rubisch haben jetzt irgendwie dieses und jenes gemacht. Wo ich dann auch gedacht habe, also nee, die Frauen von Horst Rubisch waren das jetzt nicht, sondern das waren die Frauen. Und er durfte sie trainieren, so rum würde ich denn, aber das wurde halt andersrum formuliert. Warum war das so? Horst Rubisch kennen die Leute und die Nationalmannschaft nicht. Also wenn Horst Rubisch mit der Nationalmannschaft kommt, dann ist für viele Menschen Horst Rubisch die bekannteste Person einfach. Das wäre jetzt. Okay. Dann kann man auch Thomas Gottschalk nehmen oder so. Ja, der ist auch ein sehr guter Trainer, also Horst Rubisch hat das sehr, sehr ernst und hat das sehr gut gemacht. Also er hat das auch sehr wertschätzend gemacht. Also er hat das ja später gesagt, er war jetzt sehr überrascht, wie professionell die sind. Aber er hat dann auch gesagt. Die können sogar Fußball. Nein. Nein. Ich bin mal da so hingegangen und dachte, oh, da kann ich noch auf meinem alten Teil ein bisschen was machen. Und die können sogar Fußball. Braucht ihr ihnen gar nicht so viel zu erklären? Nee, so war das nicht gemeint. Er war ja vorher die U-Mannschaften trainiert. Das sind ja so Jungen sozusagen. Und dann war er natürlich bei Frauen, die gestandene Fußballspielerinnen waren. Dann hat er denen gesagt, mach das so und so. Und dann haben die das sofort umgesetzt. Und das ist bei U-Mannschaften wohl nicht zwangsläufig. So hätte ich, habe ich so verstanden. Oder er war auf jeden Fall sehr angetan, wie gut das geklappt hat sozusagen. Und obwohl die halt nicht diese Struktur haben wie bei den Männern, dass die trotzdem total professionell arbeiten. Und er hat dann später gesagt, also es gibt nur einen Unterschied, also es gibt keinen Unterschied sozusagen bei Männern und Frauen. Die sind alles elf Mädels oder elf Männer halt oder Frauen, die halt nur Fußball spielen wollen. Das ist egal, also vom Training her. Wie erklärst du dir denn das, dass Frauen in einer Mannschaft spielen und nicht in einer Frau-Schaft? Ja, wir sagen ja auch Mannschaft und nicht Frau-Schaft. Ist das okay? Ich meine für die Hardliner ist es ja wahrscheinlich ein bisschen, tut ein bisschen weh im Ohr wahrscheinlich. Ja, so ein bisschen schon, wenn ich ehrlich bin. Aber Frau-Schaft wäre jetzt auch kein... Dürfte ich Team anbieten? Ja, es würde sich anbieten beispielsweise. Ja, das stimmt. Also ich versuche auch Torfrau manchmal, also Struktur, das finde ich auch immer angenehm zu sagen. Das ist schon, aber es ist natürlich unser Sprachgebrauch, der einfach sehr, sehr, sehr stark auf eine männliche Form geht. Also wenn wir zum Beispiel eine Frau als Gast haben, dann sage ich auch immer Gästin oder schreibe es meistens Gästin, wenn ich es dann mache. Aber es ist natürlich im Fußball auch so, dass das oft so kommentiert wird, dass man das Gefühl hat, die könnten auch ein Männerspiel kommentieren. Kann ich gut verstehen. Ich habe in euer Angebot mal so ein bisschen reingehört, auch in die Vorbereitung und habe da, muss ich sagen, den Sven eigentlich fast mehr gehört als dich. Und da habe ich gedacht, ah, schade, die Jule, die macht eigentlich so einen tiefen Eindruck, aber die ist mehr so die Co-Moderatorin. Aber gestern hast du auf der Bühne so vom Leder gezogen, dass ich gedacht habe, oh weia, da muss der Sven sich aber gut zurück an. Und ich habe eine Vorbereitungssendung auch gehört, da hat er im Wesentlichen das Gespräch geführt, da wurde aber gleich am Anfang gesagt, es gibt auch andere und da ist das Verhältnis anders. Also seid ihr gleichberechtigt, Sven und du, oder ist das schon eher der Host und du? Nein, nein, wir sind gleichberechtigt, es ist so, wir wechseln uns in der Regel immer ab bei der Moderation. Wenn er, also wir sind immer abwechselnd sozusagen und wenn er moderiert, er ist sowieso deutlich dominanter als ich. Das ist einfach, also er redet lange und breit und ich versuche mich kurz zu fassen. Warum? Weil ich das gut finde. In der Kürze liegt die Würze. Und aber das ist, wir arbeiten da manchmal ein bisschen dran, aber ich versuche ein bisschen mehr zu reden und er versucht manchmal ein bisschen weniger zu reden und manchmal klappt das, manchmal nicht. Also in manchen Folgen, ich muss bei meiner Vorbereitung auch dazu sagen, dass er das, also er hat jetzt diese Vorbereitung übernommen, die Planung und so weiter und auch diese ganzen Spiele, weil ich jetzt eher mit diesen Mannschaften beschäftige als ich und ich mache jetzt die täglichen Podcasts. Deswegen heute zum Beispiel habe ich alleine mit meiner Gästin, Tamara heißt die, aufgenommen und es hat wahrscheinlich öfters auch vorkommen, dass ich das alleine mache. Aber deswegen bei der Vorbereitung habe ich mich jetzt auch ein bisschen zurückgenommen, weil ich mich jetzt auch selber nicht so intensiv vorbereitet habe, weil ich das ja jetzt hier für die täglichen Podcasts machen muss. Heute habt ihr gesprochen über das gestrige Spiel in England und Schottland? Es waren drei Spiele, Australien, Italien. Ich bin da voll auf dem Bild. Ich habe heute Morgen den Teletext geguckt und da stand irgendwas so. Genau. Ja, wir haben alle drei, über alle drei Spiele gesprochen und die, wie ich ja schon sagte, ich sagte, mir hat das Spiel gefallen und dann redet die Tamara fünf Minuten ganz wundervoll und ich sage dann, ganz genau. Hoffentlich hört sie das nicht. Nein, Tamara, du warst wundervoll. Du warst eine super Gäste. Eine Fügtchen. Markus, du auch. Also die machen das so, also ich bin sehr dankbar dafür, dass die Leute das so mitmachen und die bereiten sich auch mal super top vor. Hast du denn jetzt für die nächsten vier Wochen Urlaub genommen oder hast du einen Job, wo du sowieso im Radio bist oder so? Wie geht das mit so einem Privatleben zusammen, wenn du dann sowas machst? Ja, meine Weidi-Exfrau, nein. Also ich bin in Wirklichkeit Krankenhauskontrollerin, muss ich dazu sagen. Also ich mache was völlig anderes. Ich rede eigentlich gar nicht in meinem Job, also nicht so gerne. Und mit Leuten schon mal gar nicht, oder? Ja, mit Leuten schon mal gar nicht. Und wenn ich was erzähle, dann wollen die das auch nicht hören. Das kenne ich. Und dann erzähle ich was anderes, also es ist ganz schlimm. Aber schöner Job, aber es ist ganz schlimm. Schöner Job, aber ganz schlimm. Das ist ein wunderbares Fazit. Also schon mal für den Job. Wenn ich Glück habe, dann mache ich halt viel mit Exeln und die anderen bleiben weg. Schöne Grüße. Freue mich, liebe Kolleginnen, euch nicht zu sehen. Ich glaube, ich strahle das auch aus manchmal, aber ich versuche bei meinen direkten Vorgesetzten so zu tun, als ob ich das nicht als unangenehm erfinde. Und dann sagst du, genau. Eigentlich sage ich, naja, wenn sie das so sehen, sie sind der Chef. Universalstrategie. Wir machen es dann subversiv doch so, wie wir wollen, aber wir lassen es ihnen glauben, ihr Wille geschehe. Ja, ich mache es dann auch so, wie der Chef das will, aber ich habe gesagt, wie sie es wünschen. Du machst also Krankenhaus, was war das jetzt, Controlling, Krankenhauscontrolling, das klingt schon, da wird man richtig gleich gesund, wenn man das hört. Ich empfehle das, also gesund zu bleiben. Aber dann bist du jetzt quasi auf 50 Prozent für die nächsten vier Wochen. Ja, ich habe das so geplant, ich bin jetzt, zwei Wochen habe ich Urlaub, in der Zeit fahre ich jetzt auch, ich bin jetzt ab Mittwoch in Frankreich. Ach, du fährst direkt dahin? Ja, ich fahre nach Frankreich, das ist mir drei Spiele an. Also das, die Bude, die wir jetzt gemietet haben, das war die Haupt-, das muss WLAN haben. Ja, ja, genau. Nimm Sebastian mit. Ja. Sebastian muss auch mit. Dann trägst du das in einer kleinen Kabeltraumel hinterher. Sebastian brauche ich ja für Studio-Link auch. Aber heute Morgen hat es geklappt. Ich war sehr stolz auf mich. Aber ehrlich gesagt, sieht man im Fernsehen doch wahrscheinlich von so einem Spiel mehr, als wenn man im Stadion ist. Ja, eigentlich. Oh, ich werde schon wieder ausgelacht. Also um ehrlich zu sein, ich finde, man sieht ein bisschen mehr im Stadion, je nachdem, wo man sitzt natürlich, weil man im Fernsehen sieht man ja meistens so einen Ausschnitt, man sieht gar nicht, was hinten ist. Sind die da, pennen die oder haben die... Das Spiel ohne Ball. Ja, genau. Das Spiel ohne Ball sieht man natürlich sehr gut in der ganzen... Ich komme mir vor wie Rainer Tremfert hier. Oh, scheiße. Welche Begriffe in den Raum, von denen ich überhaupt nicht weiß, was es ist. Den Libro gibt es übrigens nicht mehr. Ich wollte jetzt nur... Was denn? Den Libro gibt es auch nicht. Den Libro gibt es nicht mehr, aber eine doppelte Sechs oder irgendwo. Ja, genau. Also man sieht... Genau, Lars, ich weiß auch nicht, was das ist. Ich habe das nur als Wort im Kopf. Du machst mir Angst. Das sind Positionen, wo die vor der Abwehrkette sozusagen spielen. Und man sieht da so ein bisschen mehr, wie das aufgebaut ist und wie die vor- und zurückrücken, sagen wir es mal so. Und das ist ein Fernsehbild, insbesondere beim Frauenfußball nicht so gut, weil die haben meistens nicht so viele Kameras beim Frauenfußballspiel. Und dann ist das natürlich im Stadion etwas besser, außerdem hat man ja im Stadion die Stimmung und so weiter und sieht diese Dynamik. Und das ist schon schöner. Deswegen fahren wir jetzt nach Frankreich und gucken uns drei Spiele an. Okay, wie weit kommt denn die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft in dem Turnier? Ja. Also kommst du mit zwei Wochen Frankreichbesuch aus oder müsstest du eventuell verlängern, weil dann das Endspiel mit deutscher Beteiligung stattfindet? Ja, ich muss sowieso zurück, weil ich ja beim Kirchentag bin. Ja, wie akustisch nicht. Ich bin beim Kirchentag. Beim Kirchentag? Was machst du da? Fußballspielen? Nein, ich helfe. Achso. Also, ne, Kirchentag am Infostand, da bin ich zu finden, da sage ich euch, wo die Veranstaltung mit Frau Käßmann ist. Aber ich habe Ortsdurchgangsschilder oder Hinweisschilder in Dortmund gesehen, weil ich da gelegentlich durchfahre, dass ungefähr die halbe Stadt gesperrt ist. Ja, das wird auch so sein. Wie soll man dich da finden? Ich bin ja am Hauptbahnhof. Ach, direkt am Hauptbahnhof. Okay. Ich helfe und weil ich so, weil das mein Achter Kirchentag bin, normalerweise habe ich das öfters in so einem pralerischen Ton. Ich bin das mein Achter Kirchentag, Leute. So oft erwähnt. Und dann denken die Leute mal, ich habe Ahnung, das ist natürlich wie beim Fußball, ne? Ich habe einen Podcast, da denken die Leute, ich weiß, was ich mache. Und die Kollegen immer so, genau, genau, so machen wir das. Und so ist das auch beim Kirchentag. Und weil ich ja auch in Dortmund lebe, leider, bin ich ja am Bahnhof. Und ich helfe immer beim Kirchentag, für mich auch noch, also die WM ist dumm gelegt, also der Kirchentag ist schlecht gelegt, muss ich sagen. Und danach gucke ich halt immer von zu Hause aus die Spiele. Aber zu deiner Frage, die deutsche Mannschaft sollte Gruppensieger werden in ihrer Mannschaft, also in ihrer Gruppe, das wäre optimal. Dann könnten sie weit kommen, ich sage mal Halbfinale, Finale. Weil sie dann auf schwache Mannschaften in den weiteren Achtelfinalpartien und Viertelfinalpartien stoßen könnten. Je nachdem, wie das aber, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann weiterkommen, ist größer. Und wenn sie aber auf Platz zwei kommen in der Gruppe, dann haben sie eine sehr gute Chance, dass sie auf die USA treffen. Und das wäre nicht so gut. Das ist, glaube ich, eine ziemlich... Genau, also das ist einer der Top-Favorite, also bin ich der Top-Favorit. Ach, das habe ich gestern gelernt bei dir, ne? Du hast ja dieses FIFA-Simulationsspiel da gemacht. Ja, da habe ich auch gegen Schweden gespielt. Also ich war natürlich Schweden. Nein, doch. Nein, ich war Deutschlands. Du warst gesagt, du bist immer am Ende, bist du immer die Mannschaft gewesen, die gewonnen hat. Ja, ich war Schweden. Ich glaube, das ist ein bisschen gegen die Regeln, aber naja. Nein, ich war nicht so, ich war jetzt ein bisschen abgelenkt. Also wenn es soweit kommt, dass die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft und die amerikanische oder US-Frauenfußball-Nationalmannschaft gegeneinander spielen, was passiert dann? Gibt es dann... Was bitte, Travis? America. America? America. Ja, ich finde, er hatte recht. Gibt es dann ein torreiches Spiel? Oder ist es dann eher so ein gegenseitiges Belauern, hinten alles zumachen und man kommt so aus dem Müden 0-0 nicht raus? Oh, das ist eine gute Frage. Also normalerweise... Ja, ich habe eine gute Fußballfrage formuliert. Ich werde einen Kalender dabei zum Beispiel anmarkten. Ich muss auch sagen... Hol dir einen Lottoschein. Auch so Sachen wie Belauern und so, das ist schon... Also beim letzten Mal haben die einen... Fußball-Mimikrie, genau, das war es, was Reinhard immer machte. Ich versuche mich in Fußball-Mimikrie. Egal, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Entschuldigung, ich quasi dazwischen. Das bin ich in Ordnung. Ich habe dir noch Zeit zum Nachdenken. Ja, also die haben letztes Jahr beim... Als Steffi Jones noch Trainerin war, gegen die USA gespielt und haben 0-1 verloren. Ich denke, das kann... Also ich glaube nicht, dass es ein sehr torreiches Spiel sein wird, weil meine Mannschaften, glaube ich, versuchen werden, die Offensive der Mannschaft, der jeweiligen anderen Mannschaft zu stoppen. Und also Faust Tecklenburg, würde ich jetzt mal sagen, hat versucht, eher die Defensive zu stärken und mit dem Offensivspiel, das klappt noch nicht so richtig gut und so wird das fürchte ich auch so sein, dass sie versucht wird, also versuchen wird, keine Tore zu erzielen und dass das... keine Tore erzielen zu lassen und dass es dann aber auch leider zu wenig Toren kommen wird. Also ich glaube, dann wird es zu einem knappen Sieg für Amerika kommen. Oh! Ja, weiß ich nicht. Wenn die aufeinandertreffen, ist es anders, dann schneiden wir das. Ich erzähle was anderes. Ist das denn jetzt in Amerika, ist das jetzt Soccer oder ist das... nee, Football ist ja was anderes. Football ist ja das mit dem Werfen. Ja, 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 aber heißt das Soccer oder noch anders? Es gibt noch einen dritten Begriff, aber ich habe ihn vergessen. Okay, dann ist das Soccer. Ja, das ist Soccer, genau. Ja, ja, das ist das, wo... das ist ja viel zu brutal für Frauen, das dürfen ja Frauen bestimmt nicht spielen, Football. Doch, natürlich. Ach, natürlich, Warte. Aus der tiefsten... Aus der tiefsten... Ja, du hast doch gerade gehört, was Lars vorgelesen hat. Es ist unschicklich und eine Gefahr für den zarten weiblichen Körper. Also, ich habe ja auch Fußball und Kampfspaar. Ja. Nach Boxen, ne? Aus der Gast aus Amerika schüttelt nur den Kopf. Das geht doch alles gar nicht. Also, es gibt übrigens auch einen Deutschlandfrauen-Football. Ich wurde mal angefragt, ob ich da nicht spielen wollte, aber das habe ich dann wegen meiner Unschicklichkeit... Ach, du kommst so schlecht vom Sofa hoch, ja, das ist klar. Eigentlich wegen meiner großen Angst vor Menschen, die auf mich zurennen und niederrammen. Und außerdem, weil ich sehr unsportlich bin, sein gelassen. Es gibt es schon, aber es ist eigentlich nicht existent. Das ist eher selten. Aber in Amerika, er wird es bestimmt zeugen können, ist Frauenfußball jetzt erfolgreicher zumindest in der Nationalmannschaft. Wo krecher als in Deutschland oder? Als die Männermannschaft. Also, die Männermannschaft der Amerikaner ist jetzt nicht so gedolle, aber die Frauenmannschaft ist das Man-Post-Ultra der Welt. Also, das ist schon, genau. Wir sind sehr stolz über unsere Frauenmannschaft, weil die Männer können gar nichts bei uns. Ja, die Männer können gar nichts bei Ihnen, mein Travis. Das heißt aber, das ist jetzt auch nicht nett, ne? Also, klar sind die Frauen besser, weil die Männer können ja gar nichts. Also, das bisschen, was die Frauen können, reicht dann schon. Das kann man jetzt auch wieder so rumdrehen. Jetzt haben wir ja ganz angefangen mit dem Clip, wo die Frage drin war, weißt du eigentlich, wer ich bin oder wer wir sind und so weiter? Weißt du überhaupt, dass es eine WM gibt? Jetzt frage ich doch mal hier den Lars. Hast du gewusst, dass es eine Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen gibt, die jetzt gerade vor zwei Tagen gestartet wurde? Ich gebe zu, dass jetzt aktuell eine läuft, habe ich hier erst beim Podstock mitgekriegt. Das gebe ich unumwund zu. Das ist allerdings kein Wunder, weil Fußball für mich ein Wegschallthema ist. Es interessiert mich sowas von total gar nicht. Und das ist geschlechterunabhängig, sondern es ist absolut nicht mein Thema. Aber wenn ich dazu was frage, hast du denn letztes Jahr die WM in Rüstland? Hast du mitbekommen, dass die gelaufen ist? Ja, natürlich. Ich meine, dass da ein Riesenunterschied im Marketing, in der öffentlichen Verbreitung und so weiter ist, ist mir vollkommen klar und ich finde das auch total bescheuert, dass da so ein Unterschied gemacht wird. Ganz klarer Fall. Von mir aus kann das eine gern ein bisschen weniger werden, dafür das andere ein bisschen mehr. Also ich finde diesen Fußball-WM-Hype bei der Männer-WM, der geht mir sowas von massiv auf die Nerven. Aber gut, das ist dann einfach so. Aber das andere verdient natürlich mindestens den gleichen Stellenwert. Also klarer Fall. Ich wollte die Frage an Sebastian weitergeben, aber Claudia meldet sich, dann bitte. Also ich wohne ja seit 14 Jahren in Österreich und was mir halt da immer wieder, auch nach wie vor auffällt, ist, da ist alles rot-weiß-rot. Du hast bei den Nachrichten im Hintergrund irgendwie rot-weiß-rot. Du hast auf den Joghurtbechern rot-weiß-rot drauf. Egal wo du hinkommst, du hast halt irgendwie die Nationalfarben und zwar, also wie ich finde, schon sehr aufdringlich, was wahrscheinlich daran liegt, dass das hier in Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht verbreitet ist. Also jetzt seit ein paar Jahren gibt es das zumindest zu solchen Männerfußball-EM- oder WM-Zeiten, gibt es dann irgendwo mal schwarz-rot-gold oder es ist mal irgendwo ein Schaufenster dekoriert oder halt Leute fahren mit den Fähnchen am Auto rum, darüber müssen wir jetzt nicht reden, ja, aber es ist überhaupt mal irgendwie so eine Art von Nationalbewusstsein, in Anführungsstrichen, die ich hier gerade in die Luft male, ja, wo ich, also was ich total interessant finde, einfach, dass es überhaupt mal wieder kommt, ja, es ist ja so, nach dem Krieg wurde das eben hier in Deutschland allen Menschen irgendwie komplett ausgetrieben und nicht, dass ich das jetzt sehr befürworte, dass alles jetzt irgendwie in Nationalfarben geschmückt sein muss, ganz im Gegenteil, aber es fällt mir halt einfach nur im Vergleich mit Österreich halt sehr auf und ich finde es halt einfach nur ein interessantes Phänomen, dass eben zumindest zu Männerfußball-WM- oder EM-Zeiten das so ein bisschen aufblüht, dass da überhaupt irgendwie sowas kommt wie, ach ja, wir sind ja eigentlich auch Deutsche und das ist ja so unsere Mannschaft in Anführungsstrichen wieder und wenn es das bei den Männern gibt, hey, dann kann es das doch bei den Frauen auch geben, also schon mal, so überhaupt, finde ich, ich habe es aber auch nicht mitgekriegt. Genau, also ich glaube, ich habe irgendwie schon mal neulich gefragt, also hier sieht man ja auch keine Deutschlandfahne, wenn du jetzt irgendwie nach Hause fährst oder so irgendwie, ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, ich finde das jetzt übertrieben, wenn jeder sich so eine Deutschlandfahne irgendwie hinhängt, das ist ja auch so, dass dann, wenn irgendeine Mannschaft gewinnt, dann fahren ja irgendwie was weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, über die Sachen müssen wir jetzt nicht reden, das ist dann auch ein bisschen viel, aber halt einfach nur so dieses, ach ja, wir haben ja eigentlich so ein Land, ne, also eigentlich leben wir ja in sowas, das könnte man ja gelegentlich mal auch mal feststellen. Naja, nach dem berühmten Sommermärchen, wann war denn das? 2006. 2006, da ist, nach meiner Wahrnehmung, ist die Benutzung der Landesflagge, der deutschen Landesflagge deutlich angestiegen und diese große Zurückhaltung, diesen Lappen anzupacken, ist auch ein bisschen zurückgegangen, also da hatte ja wirklich jedes zweite Auto diese berühmten Fähnchen oder dieser Überzieher für den Rückspiegel, bis man dann gar nichts mehr drin sehen konnte, der Typ freute sich jedes Mal, also so ein bisschen aufgepoppt ist das ja schon und normalerweise, also das ist die Frage, ob das jetzt Nationalismus ausdrückt oder ob es einfach nur sagt, das ist mein Team, so wie ich ja vielleicht auch Fan von München im FC sein kann oder so. Ich könnte nur Gryffindor-Fähnchen machen oder Slytherin-Fähnchen. Also ich kann mir auch so, ne, kannst du ja auch ein anderes Fandom suchen, ne, Harry Potter oder Doctor Who und damit Fähnchen machen, geht ja auch. Da bist du wahrscheinlich erst recht allein. Kann aber auch spielen. Das weiß ich nicht. Das ist so zumindest. Ja, bei Slytherin schon, aber mit so Dr. Hu-Fähnchen am Auto, wenn eine neue Staffel kommt, kommt. Wer wäre dabei? Mal so Fragen ins Publikum. Gieß du? Drei, vier, fünf, sofort spontan. Okay. Ihr steht unter Nerd-Verdacht oder Nerdinnen-Verdacht, damit das klar ist. Bei dir hängt die Flagge von Braunschweig. Ja. Warum? Ich komme aus Braunschweig. Achso. Aber jetzt wohnst du in Dormund. Geht das? Was ist das? Ja, muss man. Ja, gelb, schwarz, umt, umt. Nein. Oder hast du so einen Fanschal, so einen Freundschafts-Fanschal, der in der Mitte geteilt ist? Den finde ich immer besonders skurril. Was habe ich nur von Wolfsburg gegen Lyon? Das ist ein Frauenfußballteam. Ja, das ist so sehr putzig. Also da lachen die Leute jetzt eher drüber, weil Eintracht Braunschweig ist jetzt in der dritten Liga und dementsprechend ernst wird das genommen. Wie Frauenfußball, so ernst. Das ist doch ein entspanntes Spiel dann. Ja. Wenn ich jetzt Schalke-Fan wäre, das wäre, glaube ich, unangenehmer für mich. Ja. Das geht schon. Adoptment ist jetzt, man kann da leben. Man kann da leben. Ich möchte jetzt auch nicht so viel Schlechtes über Adoptment sagen. Du musst ja zurück. Was ich aber vorhin, wo ich eigentlich hin wollte mit der Frage, ob du das sozusagen, ob du den Urlaub genommen hast dafür, ist so ein bisschen die Frage, ist das ein Projekt mit kommerziellem Hintergrund? Ich meine, du hast ja gestern schon was dazu gesagt. Deshalb ist das mehr so eine rhetorische Frage für mich, aber natürlich für die Hörenden hier nicht. Ist da irgendwie so die Idee, also wenn wir das gut machen, dann sind wir nächstes Jahr bei der Sportschau oder was auch immer. Also ist da so eine Perspektive drin oder ist das ein reines Ding für, also aus Begeisterung und Liebe für die Sache? Das ist nur Begeisterung und Liebe für die Sache. Das hat folgenden Hintergrund. Frauenfußball wird wenig geguckt und wir würden es glaube ich nie schaffen, das irgendwie so zu machen, dass man davon jetzt mehr als die laufenden Kosten decken könnte. Ich meine, das wäre auch ganz schick, aber wir haben das jetzt so gemacht, dass wir jetzt erstmal unkommerziell, ohne Gewinnerzielungsabsicht machen. Die Frau vom Kontrollen, die weiß nicht so helfen. Umsatzrendite ist nicht so gut. Also wir machen, das ist aber auch so, ich kenne ja auch einige andere, die im Frauenfußball irgendwie was machen und die sagen alle, davon kann man einfach nicht leben, weil da kriegt man keine, keine Gelder, also keine Werbegelder, kein Nichts und also ich merke das ja auch, das Interesse wie, bin ja auch bei Früff, das ist deutlich größer als wir jetzt zum Beispiel, weil es natürlich an den wundervollen Menschen bei Früff liegt, aber es ist natürlich jetzt auch so ein, Leute, das ist ja auch so ein totales Nischenthema, muss man jetzt dazu sagen, deswegen glaube ich nicht, dass wir da jemals irgendwie, wir machen das einfach zur Liebe zum Fußball, auch weil es ganz, ganz wenig Berichterstattung über die Frauen gibt, es gibt noch so ein paar ganz tolle Blogs, aber es gibt halt auch im Fernsehen, es gibt kaum Beiträge von der Sportschau, also ich weiß, ihr guckt alle keine Sportschau, aber wenn ihr das gucken würdet, dann wüsstet ihr, dass da ganz weh oder selten Frauenfußball gezeigt wird. Ich meine, wenn ich sonntagsabends die Tagesschau schaue oder montags morgens in der Audio-Nachschau höre, dann ist manchmal von den 15 Minuten, sind fast acht Minuten, also fast mehr als die Hälfte Fußball-Berichterstattung, wo ich mich dann wirklich auch frage, ist das noch angemessen? Also für euch ist die Hälfte der Tagesschau dann uninteressant, für mich halt auch, aber man nimmt diesen Bundesliga-Betrieb sehr, sehr ernst, aber wenn es dann um eine Nationalmannschaft von Frauen geht, das fällt dann irgendwie unten durchs Raster, also da stimmt ja auch irgendwie die Gewichtung. Bei der WM, das kriegen die noch gerade so hin, also darüber zu berichten, aber als andere auch selten. Also ich wüsste jetzt, wer Meister bei den Frauen ist aktuell. Boah, ist ruhig. Sehr gut. Ah, nein! Die einzige Mannschaft, die ich überhaupt kenne, von der ich je gehört hätte. Mein Gott, ich soll's in Lottoscheine. Zwei Lottoscheine, oder? Ja, das war die Zusatzzahl. Das wäre jetzt deine Chance gewesen, wenn sie und du sagst, natürlich, das weiß ich doch. Ja, nee, da bin ich leider zu doof zu. Und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt tausend Leute frage, wer ist abgestiegen aus der ersten Liga Frauen, das wüssten zwei oder so. Genau. Leipzig? Nein. Ach, Gott sei Dank. Wer ist da abgestiegen aus der Frauen-Bundesliga? Es wird gerade recherchiert, Wikipedia läuft heiß. Okay, sag's uns bitte. Werder Bremen und Mönchengladbach. Ach, gleich zwei. Das ist aber doof, ne? Ja, es sind zwölf Teams, zwei steigen immer ab. Okay. Ja, ich gucke auf die Uhr und wurde auch gerade schon darauf hingewiesen. Wir müssen ja um zwölf Uhr hier den Themenwechsel sozusagen hinkriegen. Wir wollten nämlich dann den Themenwechsel zu Puzzock machen. Also noch eine kleine Feedback-Runde hier. Aber bevor wir die Leute da draußen fragen, bringen wir doch eher die Sendung hier mit unserem Sendegarten zu Ende und fragen dich mal ganz kurz. Du bist zum wievielten Male hier? Zum Zweiten. Zum Zweiten. Also letztes Jahr warst du auch schon da. Genau. Wie waren deine Eindrücke letztes Jahr? Und vor allen Dingen, was hat dich dann animiert, dich wieder hier hin zu bewegen? Wie fange ich jetzt an, ohne jetzt dolle zu loben? Nein, also ich finde, das ist ja eine extrem nette Runde mit sehr netten, also wirklich sehr, sehr netten Menschen. Und immer wenn man sich vorhin setzt, dann unterhält man sich mit netten Menschen und die nehmen einen so auf, wie man ist und sagen nicht, was bist du für eine? Machst du für einen Podcast? Die Frage wirst du wahrscheinlich doch hören. Ja, und dann sagt mir jeder, ich interessiere mich nicht für Frauenfußball oder ich interessiere mich nicht für Fußball, meistens nicht für Fußball, aber ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch in Ordnung. Aber ich finde, das ist eine sehr nette Gruppe und ich finde, es gibt ja auch sehr viele interessante Workshops und Bühnenprogramme, die höre ich mir immer gerne an. Und dann gibt es ja auch mal oft nette Diskussionen dazu, gestern zum Beispiel oder vorgestern zum Thema Nachhaltigkeit, gestern zum Thema Politik. Das finde ich ganz interessant und spannend und gucke mir das gerne an. Also es ist für mich so ein bisschen, ich war ja mal bei den Pfadfindern und das ist jetzt nicht so, aber es geht in die richtige Richtung. Es ist ein bisschen nett, man macht mal was ganz anderes, man zeltet, ich finde die Atmosphäre hier sehr freundlich und schön und komme hier gerne. Deswegen, also eigentlich muss ich sagen, war das natürlich jetzt für meinen Podcast nicht die allerbeste Idee, die ich in meinem Leben hatte. Also für den Stresslevel zumindest nicht, aber ich bereue das, das habe ich hier glaube ich schon erwähnt, auf gar keinen Fall, weil das sehr schön ist hier. Das hat mir letztes Jahr schon sehr gut gefallen und dieses Jahr eigentlich auch und ich habe das auch bei der Subscribe empfohlen. und wenn man einen Podcast mag und nette Menschen, dann ist das hier sehr angenehm. Nimmst du irgendwas mit nach Hause, so dass du sagst, also das, also ich hatte ja bei der Opening hier vom Spirit gesprochen, also vom Lebensgefühl sozusagen, dass du davon auch was mitnimmst oder ist das eher, das bleibt dann, das was in Westfeld oder Sibbesse oder wo, Westfeld ist falsch, in der Westerhöhe, Wernershöhe, so. Was auf der Wernershöhe geschah, das bleibt auf der Wernershöhe sozusagen. Ich weiß jetzt, dass Berliner Luft ganz lecker schmeckt. Nein, also ich habe ja immer, ich lerne ja immer neue, tolle, freundliche, super interessante, nette Menschen hier kennen und die, den folge ich dann auf Twitter oder weiß sie zuzuordnen, das nehme ich natürlich mit. Also man bleibt so ein bisschen in Kontakt, finde ich, das ist immer ganz toll. Man hat ja einen ganz anderen Bezug dann zu den Leuten, wenn man die mal kennengelernt hat oder die mal gesehen hat und weiß, wie die, wie sie drauf sind. Und das nehme ich eigentlich mit, dass ich wieder ganz tolle neue Menschen kennengelernt habe, neue Podcasts, die ich mir anhören könnte und anhören kann und ich soll das Linsenrezept nachkochen, wurde mir aufgetragen. Und dann dokumentieren dann das Ganze. Hausaufgaben, Potsdam Hausaufgaben. Ja, schön, wir kommen langsam zum Ende. Ich habe vorhin noch eine Frage vergessen, weil du sagtest, du wohnst in Dortmund. Da hat doch ein Fußballmuseum aufgemacht. Ja, genau. Hast du das schon mal drin? Spielt Frauenfußball darin eine Rolle? Ja, Frauenfußball spielt darin eine Rolle. Es gibt einmal so eine Männerelf aller Zeiten und es gibt auch eine Frauenelf aller Zeiten. Und die Frauenelf, also die Frauen-DFB-Pokalspiele werden manchmal auch im Fußballmuseum in Dortmund gezogen. Aber ich war da noch nicht drin. Wir sind da noch nicht zugekommen. Und ich würde da auf jeden Fall gerne mal rein, aber bis jetzt hat das sich noch nicht so ergeben. Ja, die nächsten vier Wochen, das ist ja auch ausgebucht bei dir und danach bist du wahrscheinlich auch Fußball. Aber ich glaube, wenn wir beim Kirchentag sind, da sitzen wir direkt neben. Vielleicht gehen wir dann irgendwann doch mal rein. Ach, okay. Ich glaube, ich darf das gar nicht so sagen, aber ich glaube, wir dürfen auf Toilette als Helfer. Aber doch auch, danke Gott. Nein, nein, nein. Hier ist alles live on tape. Das war im Kleingedruckten zu lesen. Was so Kleingedruckt ist, dass es eigentlich unsichtbar ist, aber immerhin. Aber das muss man dazu sagen, Dortmund steht so ein bisschen auf Prestige. Das haben ja manche Städte und Dortmund leider auch. Also wir haben so Sachen, die jetzt vielleicht nicht so 100 Prozent hätten sein müssen. Und das Fußballmuseum gehört da vielleicht auch zu. Aber das ist natürlich auch teuer. Ich finde das auch nicht so sehr schick, wenn man es haben möchte. Ja, wenn eine Stadt was braucht, dann braucht sie das. Ja, dann kommen wir langsam zum Ende. Man findet dich auf Twitter unter dem schönen Händel Bio-Schokolade. Genau. Das ist ja relativ einfach zu merken. Das ist auch nicht so kryptisch. Also du hast auch kein Leadspeak, sondern einfach nur ganz klare Worte, Bummstaben. So, Bio-Schokolade. Das ist, weil du Schokolade magst? Genau. Okay. Gut zusammengefasst. Und das Angebot ist der Podcast Lottes Erbinnen. Und die Frauen-WM. Also was möchtest du mehr? Dass wir die Frauen-WM gucken? Gestern hast du ja diesen schönen... Darf ich es verraten? Macht alle Mediengeräte an, die ihr habt. Auch wenn ihr nicht guckt, Hauptsache es wird gezählt. Ich weiß nicht, ob das nicht der Aufruf zu einer Straftat ist. Nee, das ist glaube ich kein Ausruf. Meine Impulation. Wenn ich sage, hängt euch da rein und so. Aber wenn ihr das... Ihr guckt ja dann bestimmt auch mal rein und lasst euch dann von uns berichten. Ja. Du bist ja auch über den Frauenfußball erstmal wieder zum Fußball zurückgekommen. Du hattest zwischendurch eine kleine Abstinenz. Wobei ich gucke hauptsächlich immer noch Frauenfußball. Und Eintracht-Ponschweiß. Das ist aber sehr traurig. Sehr, sehr traurig aktuell. Alles klar. Ich will meine Fragen durch mit der Zeit sowieso. Habt ihr noch irgendwie eine Ergänzung, Lars, Sebastian oder Claudia? Zum Thema nicht, aber mein Blütenschatz ist das Potsdok. Schleimen kann ich. In der Tat, also für alle, die den Sendegarten so nicht kennen, das war heute eine Folge, die nennen wir vor Ort oder Straightforward. Wir haben einfach losgelegt, weil wir ja etwas zeitbegrenzt sind. Normalerweise hat dieses Magazin, was aus dem Portunion-Magazin von Rico Lüthi gegründet, vor vielen Jahren mal hervorgegangen ist, hat eine gewisse Struktur. Also wir erzählen erst, was uns so zugeschrieben worden ist. Dann kommt Gast oder Gästin auf der Gartenbank, manchmal auch ein Thema auf der Gartenbank. Dann haben wir etwas wie neue Podcasts, die wir irgendwie aufgeschnappt haben. Oder Blütenschätze, also Dinge, die uns besonders gut gefallen haben in der letzten Zeit. Und das ist das, was der Lars anspricht. Blütenschatz in dem Fall eben eine Veranstaltung. Welche? Diese. Okay, dann nehmen wir diesen Blütenschatz mit und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.